Wie sie da sitzen, ey. Uuuuh. Das Geri mal so hoch sehe jetzt. Ich muss das Video machen. Dreier hat er. Und jetzt mal drauf, Hermann! 25. Ja, siehst du. Was fällt denn hier? Gar nichts. Oh! Nee, war richtig geschissen. Oh, Merchen! Ein Stück zu kurz. Geri, unten schießen! Du hast Sonnen auf dem Platz! Der passt, der passt. Und! Da will er wieder spektakulär machen. Abziehen! Abziehen! Wieso zieht der nicht drauf? Na ja, er hat ihn richtig erwischt. Juri, nur deiner! 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 Hinein! Gott, Juri! Kaut weiter. Ganz klar. Ganz klar. Kaut weiter. Mach hin, ja. Ich hab nicht so viel Zeit. Übt ihr auch Ecken im Training eigentlich? Das wollte ich vorhin schon fragen. Da steht aber noch einer drin und der Rest denkt sich dann, der läuft das ein, nachdem die Ecke schon weg ist. inha, der ist zu schnell! Zur Eckfahrne! Zur Eckfahrne! Bitt, bitte! Schönes Ding! Und jetzt abziehen. Oh, jetzt wartet er wieder zu lange. Kiri, Övo!